Was war die Nummer 1? Das war die Nummer 1. Das war die Nummer 1. Das war die Nummer 1. Ja klar. Der war ja auch der Erste. So. Sebastian Brandstetter mit der Nummer 2. Wann? Hattest du schon den Preis gewonnen? Nee. Ja wer weiß. Verpasst ist ja jetzt endlich bald. Best of Sunday. So dann kommen wir mit der Nummer 1. Das muss heute gestoppen worden sein. Also wir suchen Max Karlsson. Tobias Reis. Franziska Hinze. Marika Wenkel. Joelle. 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 Sabrina. Verb. Und. Jenny. So. Du bist auch schon heute. Aber gestern machst du ja auch immer mit der Brust. Das war gestern. Ja. Du hättest. Du hättest doch in der Kaffee durch, ne? Aha. Scheiße. Ja. Auf der Brust. Das tut mit Sicherheit. Ja. So. Dann. Wann wird bei dir auf der Brust weitergemacht? Wann wird bei dir auf der Brust weitergemacht und es sich mehr weh tut? In zwei Monaten. Ich hab' den represualen Waffen. So, Bastian jetzt gleich mit der Linel 5 am Start. Die wollen jetzt nochmal genau gucken. So. Ist Jenny nochmal aufgetaucht? Franziska Hintzow, Tobias Reis und Max Karlsson. So, die Nummer 5. So, dann wird als nächstes der Christians-Johens-Frau. Mitte Nummer 6. Achso, a la Chess. So, die sind ja eigentlich schon wieder weg, aber auch eigentlich wieder da. Vorhin hat es ja nicht für die Platzierung so reich, ne? Vielleicht ist es ja auch bei Best of Sunday. Okay. Je nachdem, wer sich da bewaut hat, Selina war vorhin auch schon mal da. Mitte Nummer 8. So. Jetzt kommt die 8, genau. So. So. Lisa. Du machst heute auch schon da. Ja. Und das Natur ist von heute. Für Lisa gibt es die Nummer 9. Wenn ihr soweit seid, kommen ruhig schon mal nach vorne. Nummer 9. Mit Lisa. So. Vorhin hat es nicht gereicht. Auf ein neues. Wir versuchen es. Dies vielleicht ein bisschen schneller an mit der Nummer C. Und natürlich unsere Gewinnerin. Will auch mal mitmachen. Bei. Wir haben ja schon ein paar gesehen. Mit der Nummer 11 jetzt. Mit dabei. Ist schon wieder. Die lässt zeigen, wie es aussieht. Da kann ja auch wieder wahrscheinlich Best of Show dabei sein. Könnte ich mir vorstellen. Der schon wieder. Sehr schön. So. Aufeinander tut es nur heute entstanden. Okay. Dann ist gut. Weil das ist die Jury jetzt ganz hart. Auch wenn gestern und heute war. Die müssen wirklich die Kategorie Best of Show dann an der US-G. So. Jetzt kommt nochmal Lisa mit der Nummer 14 zu euch. Gibt es denn eine Nummer 15? Da gibt mir doch eine Nummer 15. Wahrscheinlich nicht. Johnny. Glaube mir nicht. Warum es nicht für Best of Show dann wäre es ein Problem. Wenn ich keinen Pokal auf der Best of Show dann wäre. So sieht es die Trophäe aus für Best of Sunday. Und das sind die beiden Gewinner in der Karte. Best of Sunday. Und wir kommen damit zu Platz Nummer 2. Oh, sorry, ich habe den falschen rausgegeben. Oder? Ne, ist richtig, der 3. Wo ist der Christian? Zwischen den 1. und 2. platzierten A. Hier nochmal eure Trophäen. Glückwunsch! Jaaa! Jaaa! Guck mal! Starten verhindern auf der Bühne, aber auch verrechtlicherweise auch in dieser Kategorie Best of Sunday. Der 2. platz. The 2nd one. Und der Gewinner! Und der Gewinner! Und der Gewinner ist! Und der Gewinner ist! Bastian! Wo ist Bastian? Bastian! Komm zu uns! Bring deinen Arte mit! Guck mal! Guck mal! Deine ganzen Schmerzen haben sich gelohnt! Guck mal! Deine ganzen Schmerzen haben sich gelohnt! So, wer bist du? Deine ganzen Schmerzen haben sich gelohnt! Wir sind Zeitpunkt von Paul Wann. Auf Wiedersehen. Guck mal. Wie war das?